Allein damit ich mein Name endlich los kann. Der Rechte ist das Voto. Der Rechte ist das Voto. Oh, Mann! Wieder ein Brückmuskel dreht! Ich guck so! Wir drehen doch! Ich glaube hier. Wo geht denn das hin? Ja, das kommt eh so weg nochmal. Also hier rein. Dann stolpern wir mal kurz. Dreht es hinab. Ne, geht weiter. Aber hier rein. Ja, das war ja einfach. Alter! Sind die Einzigen hier vorne gerade? Ja! Alter! Was haben wir für Nohands? Ich glaub das wird ne Easy Runde. Ey, das ist hier locker schon 20 Sekunden. Immer noch keiner sonst durch. Jetzt der erste Gegner erst. Alter! Krass! Erschatz 2er, 3er und 5er. Oh, komm, Zeit! Schnell! Da wirst du aber auch ein Schild, was wir für Leute haben, ne? Das wird ein Easy Win. Ja. Also wenn wir das nicht gewinnen sollten, dann können wir das Spiel deinstallieren. Krass! Von den anderen 3 Teams sind erst jeweils einer durch. Guck mal, von uns, wir waren da zu dritten Stepptau so. Du, ich, ein random. Denn, ein Spieler und unser Mate. Alter, das ist ja unser Spiel. Das heißt gerade. Das können wir nicht verlieren. Und jetzt erst von einem Team zwei Leute durch. Drei. Ach ja, drei, 5,18 ist schon. Haha! Das sind gerade mal vier, vier randoms durch. Und er ist einer voller Truppen, also das mir. Alter, das ist... Und wie lange ist das jetzt schon durch? Hm. Das wird nichts. Da können die alle hier nicht gewinnen. Wie schwer dann das durchkommen. Das können die eigentlich nicht gewinnen. Wenn sie es gewinnen, ist es echt nicht anders. Also, sechs Trupps und Durchgang, alter. Drei Trupps und ist es noch gar keiner durchkommen. Also, das habe ich noch nicht erlebt. Krank. Das habe ich so noch nicht gesehen. Zehn Trupps? Wenn das jetzt nach Solos... Wenn das jetzt nach Sieg gegangen wäre, hätten wir das Ding Haus hoch gewonnen. Haus hoch. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich bin gerade aus... Ich bin gerade aus Anborn. Ich bin gerade buff. Und jetzt muss die schwere Version kommen. Jetzt brauchen wir die schwere Version. Die kriegen alle raus. Hm. Das überleben die nicht. Bin ich... Bin ich mir fett... Naja, das Ding ist halt gleichzeitig... Bis dahin sammle ich euer Punkte. Das ist ja nicht so wie bei... Hyperantrieb. Wo du keine Punkte mehr sammeln. Das hatten wir schon mal als Hypedalte. Da habe ich alles abgeräumt. Da habe ich gewonnen sogar. Naja, in Solo zum Beispiel kannst du das direkt gewinnen hier. Ja. Ja, guck mal. Der ist direkt runter gesprungen. Ja. Das ist so. Und es war nur noch ein zweier Team. Jetzt ist es da auch noch allein. Hoch. Ich habe jetzt auf dich hoch. Ja, es sind nur vier volle Trupps. Ja, ich habe jetzt schon rausgegangen. Ich habe jetzt keine Nüge gewonnen. Ich habe jetzt schon 100 Punkte eine drauf. Der ist immer noch drin. Krass. Drei volle Trupps noch. Haha. Und was bringt jetzt das Greifen? Außer gar nichts? Was? Das ist alles? In dem Trechter sind welche gefangen? Ja. Ja. Ja, er auch. Ich habe es gesehen. Ja, wir werden trotzdem erst da bleiben, weil wir haben da vor zu viel schon gerissen. Oh, einfach cool. Oh, einfach cool. Das sieht irgendwie noch der schlechtesten Lobby überhaupt aus. Was? Das ist der Bautnobby, glaube ich. Haha. Und die ist nur auf Anfänger gestellt. Ich glaube, jemand hat das neu installiert, Alter. Sind wir auf deutscher Server? Haha. Zumindest mal EU-West. Oh je. Wir haben ein Team bei uns drin jetzt. Ja. Ja. Ich verstehe doch. Ich verstehe doch, er ist irgendwo. Ja. Das halt, das werden wir aber gewinnen. Ich würde gerade sagen, ich verziehe mich mal noch hin. Boah, das war knapp. Hau doch dagegen. Haben wir nur ein paar... Wo ist ne andere Ball, da hinten? Jawohl, ins 0. No. Jawohl, 2-0. Nein! Ja, ich habe es gemerkt. Jawohl. Loll. Der hat ja kein paar Bier noch so mit hoch. Neh, ich auch noch. Neh, ich auch noch. Okay, 3-0. Easy. Oh, ich hätte jetzt fünf Sekunden gehabt, wer durch den Ball, den hätte ich drin gehabt. Das hat sich jetzt nicht mehr gelohnt, dran zu gehen. Ach du Scheiße. Aber eigentlich müssen wir es gewinnen. Eigentlich... Ja, du bist... Ah, ne, ist ja trop. Haha, wer ist denn das? Ich. Ne, tropisch, ah doch, tropisch, oder tropisch. Ich muss mich umgewöhnen. Ich bin das tropisch. Das macht schnapp. Schnie, schnapp, schnapp. Kannst du? Jawohl. Ah, fuck. Hält er mich fest. Ah, der kommt doch rüber. Ah, du wirst rüberhechen, ne? Ja. Ja, wie soll ich die denn immer alle greifen? So geht's mir wahr, ey. Ich versuch, da immer so in der Herze zu können. Aha, der ist schon mal geflogen. Oh, oh, falle ich da runter. Haha, gleiche Gedanke. Ach ne, das ist ja, ja. Oh, diese Scheißgreife, ey. Ach, der ist hier. Oh, der ist auch Hilfe irgendwo. Hä, wo bist denn du hin? Ach, ja, ja. Alter, ich krieg halt hier auch... Oh, ich lasse hier immer da hoch. Bei allem, auf wem soll ich mich jetzt hier konzentrieren, ey? Da oben steht einer, auf der drüben, auf der anderen Seite. Oben. Jawohl, das hat echt geklappt, krass. Alter, war das knapp. Ich hab' ich im Visier gehabt, mein Freund. Und schuss. Hat er ja auch einen Zähner her. Das geht in die Verlängerung, ich soll es kommen. Oh, Alter, das ist die längste Runde meines Lebens. Wir haben die mal 10 Minuten lang gemacht. Oh, mehr Auer, Alter. Die anderen Griefen, die noch nicht infiziert sind. Hab noch einen. Ja, voll, nur noch der Anna. Ja, fixiert euch auf den. Wo ist der? Der ist wo gerade. Ja, der muss doch immer sind. Ach, der ist hier. Hier ist er. Droh ist halt nur, jetzt kann ich nicht mehr so nachher. Oh. Der ist auf der anderen Seite. Springt wieder auf der Platte. Haut mir wieder ab. Kommt wieder zurück. Kommt wieder zurück, geht auf die andere Seite. Ja, ich sehe, der ist festgehalten von dem Rundern. Oh, mal kurz Ruhe. Kommt da. Was? Das hat mich der Gegner fast gegriffen, Alter. Das war knapp. Ich hab doch schon reingegriffen. Okay, jetzt hast du immer mehr, hätte der Hilfe kommt. Jawohl. Alter, was war das für eine Runde, ey? Ja, wenn du alles alleine machen musst, ist es halt so schwierig, Digga. Ja. Aber ich hab doch reingegriffen. Ich hab nicht die Größe geschickt.